Thorstens MOBA-Design, Anlage 018, Bahnhof Linz am Hain, in H0. Eckpunkte des Auftrags. Vorbild sollte der Bahnhof Linz am Rhein sein. Die Länge sollte allerdings von 14 auf etwa 5,5 Meter gekürzt werden. Das Ganze sollte stattfinden in der Nenngröße H0 und es sollte Tillig-Elite-Gleis verwendet werden. Außerdem sollte die Nebenstrecke keine Steilstrecke sein. Das Ganze klingt erstmal verhältnismäßig sportlich, aber gerade am Beispiel des Bahnhofs Linz habe ich ja in Teil 70 der Modellbahnplanungsserie gezeigt, dass man so einen Bahnhof doch durchaus kleiner machen kann. Der besagte Film ist übrigens im Moment in der Infocard oben rechts in der Ecke abrufbar und er ist auch am Ende des Films abrufbar. Und jetzt werfen wir mal einen Blick auf die stark verkürzte Version des Bahnhofs Linz, den ich Winz getauft habe. Die beiden linken Gleise sind übrigens die rechte Rheinstrecke. Okay, ich weiß, das klingt in der Formulierung jetzt ein bisschen wie herrenloses Damenfahrrad, aber so ist es nun mal. Das ist die rechte Rheinstrecke und die ist hier links zu sehen. Hier auf dem Bild des Vorbilds ist ein Zug auf demselben Gleis zu sehen. Es ist zwar nicht ganz exakt dieselbe Stelle, aber es kommt schon hin. Die Überdachung des Mittelbahnsteigs wurde zwar in Windreck weggelassen, gleiches gilt für Burg Ockenfels im Bildhintergrund, aber die höher gelegte Straße auf der rechten Seite des Bildes ist auch in der Modellbahnumsetzung zu finden. Das hier wäre jetzt so der Blick, wenn man bei Burg Ockenfels stehen würde und auf den Linzer Bahnhof herabblicken würde. Also in etwa so. Es ist zwar schon zu erkennen, dass die starke räumliche Verdichtung schon ihre Opfer gekostet hat, aber im Großen und Ganzen stimmt der Gesamteindruck eigentlich. Und hier nochmal zum Vergleich, der schwenkt zurück auf das stark verkürzte Modell. Klar, bei der Anlagenplanung sind schon ein paar Sachen anders als bei dem Bild aus dem Jahr 2011. Aber irgendwas ist ja immer. Beispielsweise die Strecke knickt in die falsche Richtung ab. Also sie müsste eigentlich nach rechts abknicken, aber sie knickt nach links ab. Und da ist natürlich dann auch wieder der Vorteil der hochgelegten Straße, denn das ist genau die Abdeckung für die Rampe zum Schattenbereich. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Abweichungen. Beispielsweise hier diese Schutzweiche, die gibt es im Original nicht. Die wurde einfach eingefügt, weil die Weichen in dieser Anlage doch wesentlich pummeliger sind als beim Original. Und deshalb ist halt beispielsweise auch die Distanz zwischen hier und hier wesentlich kürzer als beim Original. Man hätte auf der Modellbahn beispielsweise eine Baureihe 50 nicht von hier nach hier. über den hier zu sehenden südwestlichen Bahnhofskopf umsetzen können. Naja, oder zumindest nicht, ohne den Verkehr auf der rechten Rheinstrecke zu beeinflussen. Aber das sind halt die Unterschiede zwischen Linz und Winz. Und ansonsten ist hier noch das Umladegleis zu sehen zwischen der Bundesbahn und der schmalspurigen Werksbahn der Basalt AG in Linz, die sogenannte BAG-Talbahn. Aber jetzt wird's mal Zeit, den Blick in die andere Richtung zu wenden, zum nordwestlichen Bahnhofskopf des Bahnhofs Winz. Dieser Bereich weicht am stärksten vom Vorbild ab. Während die Doppelkreuzweiche hier und der zweiständige Lokschuppen auf dieser Seite doch noch am Vorbild orientiert sind, ist der Rest im Prinzip reine Fantasie. Es ist einfach eine Folge dessen, dass diese Bahnanlage auf ein Drittel ihrer ursprünglichen Länge gekürzt wurde. Na wobei, reine Fantasie ist eigentlich auch nicht ganz richtig. Es wurden verschiedene Gleisverbindungen zusammengefasst. Das ganz linke, hier im Bild zu sehende Gleis wurde ganz weggelassen und diese Gleiswechsel, die jeweils aus einzelnen Weichen bestehen, wurden zwecks Längenreduktionen durch Doppelkreuzweichen ersetzt. Hier, wo diese deutlichen Umbauspuren zu erkennen sind, lag übrigens bis vor wenigen Jahren diese eben schon erwähnte Doppelkreuzweiche. Der eben angesprochene zweiständige Lokschuppen liegt etwa auf Viertel vor drei rechts neben uns. Um den besser zu sehen, wechseln wir im nächsten Bild etwa an diese Position. Von da aus können wir dann den Lokschuppen sehen. Wir sollten auch die Güterwagen hier im Auge behalten, denn die erscheinen im nächsten Bild auch. So, jetzt ist der eben erwähnte Lokschuppen nahezu mittig im Bild zu sehen. Die eben erwähnten Güterwaggons sind am rechten Bildrand zu sehen. Etwas weiter links davon ist eine Plattform mit Rampe, die bei Dampfveranstaltungen auf der Kasbachtalbahn ein Podest für den Bagger bietet, der die Dampflok bekohlt. In meinen Augen ist das auch ein sehr interessantes Motiv für die Modellbahn, wenn nicht gerade quadratmeterweise Platz für ein BW verschwendet werden soll. Denn seien wir doch mal ehrlich, außer Abstellplatz für ein paar Loks hat ein BW nicht wirklich viel zu bieten. Vielleicht etwas Eisenbahnatmosphäre, aber, ähm, ja, ich sag mal, betriebstechnisch ist das für ein Modellbahner wirklich völlig uninteressant. Es wird halt nur von Hinz und Kunz erzählt, so ein BW müsste auf einer gescheiten Modellbahnanlage drauf sein. Was das da soll, das hinterfragt kaum jemand. So, und jetzt machen wir noch einen kleinen Videoschwenk über den Bahnhof Winz. Und ansonsten gilt, wer seine Modellbahn von mir planen lassen möchte, kann mich gerne per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist entweder auf meiner Webseite, deren Webadresse hier gerade eingeblendet wird, oder auf der Kanal-Info-Seite dieses Kanals zu finden. Da dieser Kanal sich nicht mehr dem Diktat des Algorithmus unterwirft, kommt der nächste Film, wenn er fertig ist. Wer keinen Film verpassen will, sollte auf Nummer sicher gehen und den Kanal abonnieren. Und vor allem nicht vergessen, das Glöckchen zu aktivieren. Und jetzt noch die weiterführenden Playlists. Links unten die Playlist zu diesem Film, rechts unten die Playlist mit den älteren Filmen von mir.